Stadt TV Brühl. Wir zeigen es Ihnen. Ja, ich grüße die Zuschauerinnen und Zuschauer von Stadt TV Brühl. Ich bewundere Sie, dass Sie so interessiert sind an diesen Informationen vor Ort. Das zeigt, dass Sie gute Demokraten sind und darüber freue ich mich. Machen Sie weiter so und ich hoffe, es gibt ein gutes Fernsehen.